herzlich willkommen bei den matrixen mit jonathan und shiva 10.000 abonnenten ja wir wollten uns ganz recht herzlich bei euch bedanken für 10.000 abonnenten und schon fast fünf jahren matrix ja sie war der unterricht geht gleich los doppelstunde deutsch weißt du ja oder die matrix ist ein gefängnis die matrix ist kein gefängnis sie ist eine schule wirklich dann darf ich jetzt nach hause gehen ja okay ja die matrix ist ein gefängnis ja wir hatten eine wunderschöne zeit mit euch und das heißt noch lange nicht dass wir jetzt aufhören würden nein auf gar keinen fall jetzt fangen wir erst richtig an ja und in dieser hinsicht gehen wir davon aus dass wir noch viele viele videos machen werden und hoffen dass wir irgendwann mal auf 20.000 abonnenten kommen oder auf 10 millionen man weiß es ja nicht was die zukunft zu bringen wird jedenfalls vielen dank dass ihr und so lange treu geblieben seid wir danken euch dafür dass sie unsere botschaften gehört habt unsere videos geschaut habt vielleicht konnten wir dem einen oder anderen dadurch ein wenig helfen vielleicht tragt ihr die botschaften ja auch weiter an eure freunde oder familien denn unser ziel ist es unseren kleinen beitrag dazu zu leisten die menschheit ein stück ins erwachen zu bringen ja was haben wir denn auf die beine gestellt in der letzten zeit ja wir haben fast 200 videos auf youtube veröffentlicht viele live streams sind darunter und natürlich auch immer spannende kleine intros die wir manchmal eingespielt haben wie einige sicherlich bemerkt haben befindet sich die welt gerade in einem wandlungsprozess und da geht vieles drunter und drüber kann manchmal eine nerven zehren oder einen belasten sorgen und ängste erzeugen aber wir sagen euch leute kopf hoch lasst euch nicht unterkriegen denkt immer daran wir befinden uns in einem spiel in einem riesigen computerspiel und all die anderen spielen auch mit und so darf man das eben auch nur sehen als ein spiel an dem ihr irgendwann zugestimmt habt daran teilzunehmen nehmt euch nicht alles so zu herzen lebt aus dem herzen dann wird alles gut in dieser hinsicht vielen dank und bis zu unserem nächsten video danke schön bis zum nächsten video Untertitelung des ZDF, 2020